Es lebe die Tradition, unser Adventssingen. Seit vielen Jahren treffen wir uns bei Kerzenschein, Glühwein, Pfefferkuchen und Adventsmusik in der vorweihnachtlichen Zeit. Wir, das sind vier ehemalige Mädels, die sich beim Studium in Thüringen kennenlernten. Nach einigen Jahren trafen wir uns alle in Berlin wieder und beschlossen, diese Freundschaft, die in Thüringen begonnen hatte, weiterzuführen. Und so veranstalteten wir im Dezember 1971 unser erstes Adventssingen. Das fand in unseren privaten Räumen statt und wir waren alle froh, dort die Gemeinschaft zu erleben und auch mal unsere Meinung sagen zu können, was sonst nicht immer unbedingt überall der Fall war. Durch Familiengründungen vergrößerte sich der Kreis und dann fand im wahrsten Sinne des Wortes Adventssingen statt. Jetzt, nachdem die Kinder unsere Runde verlassen haben, schauen wir uns mehr nach musikalischen Weihnachtsangeboten um. Aber wir wollen diese Tradition, die 1971 begründet wurde, fortführen. Und wir sind alle froh darüber, über die langjährige Gemeinschaft und Freundschaft und freuen uns schon auf unser Adventssingen 2019.